Danke. Hier spielt nämlich erstmal die Musik und die schöne Sascha, die ihr gerade eben auf dem Playboy oder im Playboy gesehen habt, die steht hier auch live und live ist irgendwie viel cooler, finde ich. Also nicht, liebe Grüße an hier an den Kameramann, aber hier ist, also hier spielt die Musik, denn Sascha ist zu Gast bei uns heute. Sascha ist unser Bild-Girl des Jahres 2015 und Sascha ist hier einfach mal, um zu erzählen, wie es ihr geht, seitdem sie diesen Titel trägt, was das verändert hat mit ihrem Leben. Wir wollen euch nochmal das Shooting zeigen, wir wollen euch die Fotos zeigen. Also einfach nochmal so ein Rundumschlag, wie ist das eigentlich, Bild-Girl zu werden? Warum macht man da mit? Was bringt einem das? Und ganz wichtig, seid auch hierbei natürlich wieder ihr. Also wenn ihr Fragen an Sascha habt, bitte schreibt die einfach in die Kommentare. Mein Kollege Jakob Weiß findet es auch ganz dramatisch, dass er jetzt in diesem Moment, in diesem Livestream hier mit Sascha in diesem Raum steht und er wird eure Kommentare beobachten und wird sie einfach an uns weitergeben, an Sascha weitergeben und dann versuchen wir das zu beantworten. Und damit jeder, der Sascha noch nicht kennt, schon mal einen guten Eindruck von ihr bekommt, zeigen wir als allererstes mal ihr Shooting. Bitteschön. Hallo, ich bin Sascha, ich komme aus Venezuela, Miss Ferra bin ich und das hier ist mein großer Traum. Deswegen möchte ich Wilker des Jahres werden. Das ist eine gute Kombi, ich mag meinen Körper, ich liebe Fotoshootings und es macht mich richtig viel Spaß. Es ist einfach mein Traum. Das ist also Sascha, was ich euch schon verraten kann. Sie hat keine Herzen auf den Brustwarzen. In Wirklichkeit? Oder doch? Nein. Okay. Aber Sascha, wir haben auch direkt schon die erste Userfrage. Jakob, das war, wie Sascha ihren Job findet. Genau, Riffat möchte wissen, wie findest du deinen Job? Als Bildgirl. Als Bildgirl, genau. Und hat nochmal hinterher geschoben, hast du eigentlich Kinder? Ich habe keine Kinder. Nein. Mein Job als Bildgirl finde ich fantastisch. Das war echt eine tolle Erfahrung und es gibt eine schöne Geschichte dahinter, die ich gleich erzählen werde. Genau, da werden wir gleich drüber sprechen. Du hast einen ganz, ganz entzückenden Akzent. Wo kommst du her, Sascha? Ich komme aus Südamerika, Venezuela. Ich bin in Caracas geboren und mit 18 war ich schon mal hier. Und noch dazu habe ich ein Jahr in England geboren. Und jetzt lebst du in Hamburg, ne? Jetzt lebe ich in Hamburg und arbeite ich als Sannas Helferin. Ja. Super. Sascha, erzähl mal, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dich als Bildgirl zu bewerben? Ja, das ist eine schöne, lange Geschichte. Weil meine Mama und mein Stiftpapa lesen ganz viele Bildseitungen. Und einen Tag saß meine Mama auf dem Sofa und dann sagt sie, guck mal Sascha, wie schön die Bildgirl ist, warum machst du das nicht? Und dann habe ich überlegt, oh, ja, kann sein. Und dann habe ich mich eigentlich ungefähr zwei Jahre überlegt. Und meine Mutter hat jedes Mal, Sascha macht das, das ist doch toll, wenn ich so einen Körper hätte wie du, wenn ich so jung wäre, würde ich das unbedingt machen. Dann einen Tag habe ich meine Bildseitung genommen, gelesen, wie das funktioniert, habe ich meine Fotos geschickt zur Bildredaktion. Und dann haben die mich angerufen und dann war ich total aufgeregt und dann, oh, oh, jetzt geht's los, muss ich ein paar Bilder machen, wie das ist. Weil eigentlich bin ich sehr schüchtern. Natürlich. Und dann habe ich mich das überlegt, dann haben die angerufen und dann sah ich im Band Richtung, wo war das erste Shooting? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber ja, dann war ich im Studio, da hatten wir Stylisten, Make-up-Artisten, da haben wir alles erklärt. Das war richtig schön da. Aber du sagst eben, hast eben gesagt, du bist eigentlich schüchtern. Wie war das dann, dich überhaupt auszuziehen vor einem Team von, ich habe keine Ahnung, wie viel ihr wart, sechs, sieben, acht bis zehn Leute waren ja bestimmt dabei. Fotograf, Stylist, Make-up, alles Mögliche. Und dann stehst du da auf einmal splitterfasernackt vor zehn Leuten. Wie ist das? Ja, ich fand eigentlich das nicht schlimm. Weil wenn man so nach Spanien geht, alle geht oben ohne, am Strand. Also ich fand, ich hatte kein Problem damit. Klar war so ein bisschen, oh, wer sitzt denn jetzt? Nein. Aber dann habe ich tief geatmet und einfach überlegt, wenn ich möchte, dass die Bilder schön werden, dann muss ich meine Angst gehen lassen und dann konzentriere ich mich auf die Bilder, dass die schön werden. Und die sind schön geworden. Vielleicht können wir die hier einmal ganz kurz nur, wir haben jetzt hier keine Herzchen auf den Brustwanzen. Also wenn wir vielleicht einmal ganz kurz so, also die sind durchaus sehr schön, so das reicht, Tim, wieder nach oben, danke, geworden. Sascha, wie hat sich denn dein Leben verändert? Du warst also erstmal Bildgirl des Monats und dann hast du es tatsächlich sogar geschafft, Bildgirl des Jahres 2015 zu werden. Was hat sich seitdem du diesen Titel trägst geändert für dich? Ja, erstmal die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Erstmal die ganze Fotoshoot, das hatte ich noch nie. So professionell hatte ich das echt noch nie. Und dann, es hat mich alles überrascht, wie alles zusammenhängt, beleuchtet, das Team, alles. Und das war erstmal mein erster Einblick, das ist die schöne Erfahrung und Einblick haben, wie so ein Star-Lehm ist auch quasi. Und dann hat sich mein Leben verändert, weil ich habe einen Titel bekommen als Bildgirl, ich habe gewonnen. Erstmal im Monat, Bildgirl, Februar. Und dann Bildgirl des Jahres, das hat mich auch überrascht. Ich wusste nicht, dass ich sowas schaffen konnte. Und ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, diese Überraschung, die hat man dir deutlich angesehen und die haben wir mal ganz kurz im Video. Wenn ihr die mal eben einspielen könnt, das wäre toll. Das sind Anstoßen auf das Bildgirl 2015. Und das ist Sascha. Ich bin viel sicher, dass jeder von euch hat, Sascha. Und das will jetzt sagen wir alle, hier, schütteln. Ich bin Bildgirl des Jahres gewonnen und der Moment war total Wahnsinn. Ich war sprachlos, ich konnte das nicht glauben. Ich stand da zwischen zwölf, elf, sorry, elf tolle Frauen, die tolle Wursten hatten. Aber ich hatte gewonnen, ich konnte das Moment echt nicht realisieren. Danach habe ich meine Mama erzählt, sie hat sich total gefreut. Was ich total süß finde, was man total sehen kann, ist erstens mal, wie wirklich echt gerührt du warst, dass du gewonnen hast. Das finde ich ganz, ganz niedlich und ganz sympathisch. Und man sieht ja auch so an, wie viel Freude du daran hattest. Ja klar, es hat mich total überrascht. Wie gesagt, ich bin normalerweise schüchtern und dann kommt so eine Nachricht, ja, du bist Bildgirl des Jahres. Und ich, wow, ich habe das geschafft und da war ich total happy, total glücklich. Und ich war auch richtig happy mit dem Team. Das war alles positiv. Es gibt nichts Negatives daran. Alles, alles war schön und ja, also wie die Leute mich behandelt haben, so sehr, sehr, mit sehr viel Respekt. Und auch die anderen Mädels waren total happy. Es gab überhaupt keine Zickerei oder sowas. Jeder hat sich gekämpft um sich selber und jeder war beschäftigt mit seinen Stylisten, mit ihren Bildern. Das war echt mega toll. Hast du denn immer mal geguckt, links und rechts, wie sieht die denn aus, was hat die für Brüste, was hat die für einen Po, ist es vielleicht schöner als ich? Hast du da immer mal so links und rechts geguckt oder gar nicht? Doch, klar. Das macht jede Frau, glaube ich. Ja, alle hatten, ich glaube, größere Brüste. Nee, nicht alle, aber viele. Und das hat mich auch... Aber nicht unbedingt echte. Nein. Nee. War so als kleinen Seitenhieb. Meine sind echt. So, eben. Das wollte ich damit sagen. Also man kommt dann doch mit den echten, auch wenn sie nicht so groß sind, vielleicht doch ein bisschen weiter. Ja. Und dann, klar war ich manchmal so ein bisschen unsicher dabei. Dann dachte ich, oh, sie hat so schöne Haare, sie hat so schöne Po, sie hat so schöne Figur. Und ich, ja, aber ich habe mich nicht einschüchtern lassen. Nein. Nee. Ja, hast du gut gemacht. Und man sieht ja, dass es sich gelohnt hat. Ja. Jetzt hast du ja bei diesem Shooting dann, beziehungsweise durch den Titel Bildgörl des Jahres, auch noch ein Shooting im Playboy quasi gewonnen. Und dann, ne, die Fotos können wir jetzt, darfst du nochmal runter, Tim, die können wir vielleicht nochmal ganz kurz auch nur zeigen. Das haben wir ja schon am Anfang. Wir blättern hier mal so ein bisschen vorsichtig durch. Also wirklich tolle Fotos auch, ne, zum Teil schön geworden. So, das war's. So, jetzt hat er schon gelernt, der Tim, wenn ich sage, das war's, dann muss er wieder nach oben kommen. Jetzt habe ich direkt den Faden verloren, weil ich die Fotos so schön fand. Wir können euch auch noch mal eine Nutzerfrage dazwischen schieben. Sam wollte nämlich wissen, wie kommt man eigentlich auf die Idee aus, Venezuela nach Deutschland zu ziehen? Das stimmt, wegen des Wetters, ist ja nicht so geil hier. Schön grau draußen, gerade bei diesem blöden Aprilwetter. Wie kam das? Ja, wegen meiner Familie. Meine Mutter hat meinen Stiefpapa in Venezuela kennengelernt. Er arbeitet bei SAP und dann durfte er nach Venezuela reisen, beschäftigt und beruflich, sorry. Und dann hat er meine Mutter kennengelernt. Ja, in Südamerika sind viele schöne Frauen. Und dann, meine Mutter ist umgezogen und dann ich auch. Deswegen bin ich hier. Wir freuen uns, dass du hier bist. Hast du noch eine Frage, Jakob? Oder sonst können wir weiter? Nee, mach gerne. Okay, alles klar. Jetzt hast du gerade deine Familie schon angesprochen. Eine wichtige Person in deinem Leben ist deine Oma. Und du wolltest ja von dem Preisgeld, 10.000 Euro, wolltest du eigentlich deine Oma hierher holen, ihren Flug schenken. Aber dann kam alles ganz anders. Ja, also ich habe gerade erzählt, meine Mutter hat geheiratet und dann hierher gekommen. Dann war eine Lücke da, wo meine Mutter nicht da war. Sie war hier. Und da war ich alleine mit meiner Oma. Und dann, meine Oma hatte mich großgezogen. Und ich finde sie so besonders. Da ist Oma immer am Kochen lecker für mich. Und ja, es ist mein Vorbild, meine Oma. Und dann wollte ich unbedingt hierher holen nach Deutschland, dass sie sieht, wie schön, dass hier alles ist. Dass sie an meiner Seite wieder ist, ihre leckeren Essen nochmal probieren. Was denkst du von der Sveta? Was denkst du über das Tiempo? Hörgel, sehr, 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 sehr. Sehr, sehr kalt. Sehr, sehr. Sehr, 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 sehr. Sehr, 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 sehr. Kalt, kalt, aber sehr, sehr schön. Da wollte Omi gar nicht ins Bild bei uns, aber ganz, ganz entzünden, wie ihr euch gefreut habt. Ganz süß. Ich habe gerade gehört von Jakob, es gibt weitere Userfragen. Genau. Karl Steffen fragt, und das ist ihm echt ein Anliegen. Er hat jetzt direkt nochmal nachgefragt, wann stellt ihr endlich meine Frage? Und zwar, was ist dein größter Traum, Sascha? Also mein großer Traum war auf dem Playboy und mich als Frau und als Person wachsen. Und das habe ich auf jeden Fall geschafft. Du meinst also Erfahrungen sammeln? Erfahrungen sammeln, eine bessere Person sein, viele Sachen sind in der Welt. Und das habe ich alles durch diese Erfahrung hier bei Birke geschafft. Also es gibt nichts mehr, was du jetzt noch... Gibt es noch einen Traum, den du dir noch erfüllen wirst? Ja, kleine Familie, mein Freund, ein Kind. Und was sagt dir dein Freund eigentlich dazu, dass du dich hier so nackt präsentierst? Also er ist sehr stolz darauf. Er läuft mit mir auf die Straße, sehr stolz. Klar, er hat mich immer gemöcht. Das ist das erste Mal, dass wir getroffen haben. Und ja, ich finde das eigentlich schön. Ja, es sieht ja auch total toll aus. Jakob, hast du noch eine Frage? Ich glaube, du hattest noch welche, oder? Es geht tatsächlich alles so ein bisschen in die Richtung. Wir haben ja auch noch mal Michael, der wissen wollte, was hast du jetzt nach dem Titel Bildgöl des Jahres vor? Ja, also du arbeitest ja, hast du erzählt als Zahnarzthelferin. Bleibt alles so, wie es ist oder verändert sich irgendwas? Was hast du jetzt vor? Also ja, erst mal gab es viel Aufregen wegen des Ganzen. Aber wie es jetzt weitergeht, weiß ich nicht. Ich lasse das an der Zukunft. Und mal gucken, was weiterkommt. Vielleicht mache ich wieder was mit Entertainment, mit Shows zu tun. Oder ich bleibe zu Hause mit meinem Freund und habe ich ein Familienleben und arbeite ich weiter als Zahnarzthelferin. Das weiß ich nicht. Es kann alles so kommen. Sascha, was ich auch total super an dir finde, was man, finde ich, auch an den Fotos total gut erkennt, du bist total im Reinen mit dir. Du magst deinen Körper, du findest dich gut und das strahlst du eben auch aus. Und das ist auch das wahrscheinlich, was bei jedem so gut ankommt. Was magst du am meisten an deinem Körper und gibt es auch was, was du nicht so magst? Ja klar, wie jede Frau bin ich auch ein bisschen unsicher. Zum Beispiel, ich mag nicht meine Nase oder manchmal, wenn man so lacht, dann kriegt man so hier und dann, das mag ich nicht. Aber ja, da mag ich meine Lippen, ich mag meine Beine, meinen Po, mag ich auch. Ja, ich mag es dadurch, dass mein Freund immer sagt, oh, wie schön ist dein Po. Keine Ahnung. Ja klar, es gibt ja auch Selbstbewusstsein wahrscheinlich. Ja, aber klar, jede Frau hat Tupen. Wie lange brauchst du morgens im Bad, wenn du dich fertig machst, brauchst du immer sehr lange? Ja, eine Halbstunde ungefähr. Oh ja, so lange ist das nicht. Echt? Da gibt es Männer, die brauchen länger, glaube ich. Ja, ich dusche erstmal, danke mir, ich kann meinen Körper vom Kopf zu Fuß, dann kommt Schminke, dann Haare und dann ist eine Stunde. Durch und dann nochmal gucken, was ich anziehe. Das ist ungefähr so eine Halbstunde, ja. Gut, dann würde ich noch einmal zum letzten Mal fragen, ob es noch brennende User-Fragen gibt. Unsere User gehen tatsächlich alle in die Richtung, wollen wissen, wo siehst du dich in fünf Jahren, was machst du, bist du in der Familie? Und da hast du jetzt natürlich schon viel drüber gesprochen. Ansonsten gab es jetzt auch noch ein paar große Komplimente. Es gab User, die gesagt haben, Wahnsinn, wie du das alles unter einen Hut kriegst in deinem Leben im Moment, da passiert ja so viel. Ja, finde ich auch. Also du arbeitest, wie gesagt, ganz normal als Zahnarzthelferin und dann machst du auch noch solche, also das ist ja ganz klassisch Öffentlichkeitsarbeit, die du quasi als Bild-Girl dann machen musst. Ja, auch, es ist wirklich viel unter einen Hut zu bekommen. Ja, aber diese Erfahrung, echt, würde ich wieder und wieder und wieder und wieder überholen, das mit meiner Oma auch. Ich war so aufgeregt. Ich wusste nicht, wo soll ich hin, was soll ich machen, denken, weil das kommt so plötzlich alles. Und es war echt richtig schön. Danke nochmal an euch, dass alles möglich ist. Und ja, klar, wie gesagt, ich, das kommt auch überraschend von mir selber, weil man macht solche Bilder und dann flups, kommt alles so schön. Und ja. Da kannst du ja vielleicht jetzt zum Schluss nochmal als letzte Frage den Frauen einen Tipp geben, die das vielleicht auch total gerne machen würden, sich aber nicht trauen. Also die haben vielleicht genauso wie du, finden sich schön, wollen sich gerne mal nackt fotografieren lassen, trauen sich aber nicht, weil das ist ja schon auch, da muss ja eine Hemmschwelle überschreiten. Was würdest du denen für einen Tipp geben, damit sie sich vielleicht überwinden können, sich vielleicht auch bei uns mal zu bewerben oder eben generell sich nackt fotografieren zu lassen? Ja, also erstmal, wenn ich auch meine Bilder mache, dann kommen viele Sachen im Kopf. Oh, was denken die Leute und hier und da, so negativen Gedanken. Und dann konzentriere ich mich, mache ich die Augen und atme ich tief ein und dann denke ich wieder die positiven Sachen. Ich bin schön, ich liebe mich, ich mache das für mich, ich bin eine Frau, ich schäme mich nicht für meinen Körper, so sind wir auf die Welt gekommen, so ist unser Körper, wir müssen uns nicht schämen, das ist total natürlich. Auch sogar die Griechen, die Griechen und Ägypten, die haben alle so Skulpturen, die alten Skulpturen, da waren alle auch top frei. Und ich sehe das nicht mehr in die Richtung Erotik, obwohl das ist, und es ist auch schön, aber ich sehe das mehr in die artistische Seite, ne? Künstlerisch, ja. Kunstliche, künstliche Seite. Ich würde mich total gerne hier noch ein paar Kommentare von unseren Usern gerade vorlesen, die reinkommen. Bianca schreibt nochmal, du hast richtig viel Spaß bei der Arbeit gehabt und ich habe wirklich auch gesehen, dass es dein Traum ist. Und schreibt dann, ich wünsche dir, egal was du machst, alles Gute. Sebastian schreibt uns, ich finde es richtig toll, wie du zu dir selbst stehst. Hier schreibt noch ein User, ganz tolle Frau, steht zu ihren Kurven und ist ein Vorbild für viele Mädels. Also auch unsere User sind da total beeindruckt, wie du zu dir selbst stehst. Und Karl schickt auch nochmal eine Frage, der plant jetzt schon mal weiter für dich und fragt, wie wäre es eigentlich mit Schauspielerei? Ja, klar, also ich würde auch das gerne machen, aber ich muss auch immer mich weiterentwickeln, auch meine Sprache. Ich bin manchmal so ein bisschen unsicher, aber ich hoffe, dass auch sowas vorkommt, weil es ist auch schön. Ich möchte auch was zu tun haben mit Entertainment und Fernsehen, das alles hier ist mein Traum. Also würde ich auch gerne machen. Ja, und weil die Frauen, die sich nicht trauen, bitte, du musst dein Limit überschreiten und dich selber lieben. Das ist der Secret. Dich selber lieben. Süß. Ja, das ist ein ganz, ganz entzückendes, süßes, authentisches Schlussplädoyer quasi für uns Frauen. Wir sollen uns lieben, das finde ich ganz, ganz toll. Und damit kann auch ich nur sagen, wenn ihr Lust darauf habt, euch einfach mal nackt fotografieren zu lassen, dann meldet euch bei euch. Jetzt habe ich direkt einen Frosch im Hals. Entschuldigung. Meldet euch einfach bei uns. Ihr könnt eure Fotos an die E-Mail-Adresse bildgirl at bild.de schicken. Und dann wünsche ich euch in diesem Fall ganz viel Glück, dass ihr ausgewählt werdet und genauso ein tolles, positives Erlebnis erleben könnt wie die Sascha. Und damit verabschieden wir uns für heute. Hoffentlich hattet ihr alle Spaß. Bis bald. Tschüss. Tschüss Sascha. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.